10 Finger Challenge! Wenn du am Ende 7 Finger unten hast, dann bist du ein richtiges Pferdemädchen. Mach einen Finger runter, wenn du schon mal ohne Sattel geritten bist. Wenn du schon mal runtergeflogen bist. Wenn du schon mal ein Turnier geritten bist. Wenn du schon mal am Meer geritten bist. Wenn du mehr als 5 Ride Leggings besitzt. Wenn du schon mal A-Höhe gesprungen bist. Wenn du ein eigenes Pferd hast. Wenn du schon länger als 5 Jahre reitest. Wenn du schon mal selbst ein Pferd geschoren hast. Und wenn du schon mal Aussetztraining hattest.